hallo und herz Willkommen beim Video wir machen der Kit das ist jetzt das erste Video und ich nehme jetzt auf ich nehme jetzt mit dem aber jetzt kommt der richtige geile folgt er geht ja erloren an dem Kompass und das tun leid wenn etwas schmerzt grüße ok ich habe mal gesprochen aber das hilft uns nicht herzlich willkommen beim Video wir fahren mit dem Kit ich nehme auf Junge ich spreche nicht deutsch ich nehme auf so ähm ups warum das ich das mache weil viele sagen ich mache das habe ich auch schon mal aufgenommen und dann so geschnürt aber ich spiele einfach GTA weil es mir am meisten Spass macht so der Rennen ist los gegangen ach ich hasse wenn das ist der Kit schau mal dieses Wagen an schau mal dieses Wagen an schreibt 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 den Kommentar weil schreibt mal innenführe sie sehen diese Computer und das Ding und vorne warte es muss gerade sein schreibt schreibt ich würde natürlich mehr schreibt schreibt mal diese roten Licht das ist doch der Kit ach no es regt mich immer am meisten auf nimm es nicht ernst wenn die Trollen die können einfach nichts sie haben einfach nichts drauf sie können nicht spielen und drum sie können einfach nicht drum trollen sie sind sie haben einfach nichts drauf so ich hoffe sie gefällt es wenn das euch gefällt dann dann das Daumen nach oben abonniere nicht vergessen danke für die neue Abonnenten mit 100 Abonnenten gibt es Musikvideo sag ich immer noch immer noch Musikvideos oh fuck das ist jetzt knapp geworden ich hoffe es euch gefällt das ich habe den ganzen Tag aufgenommen immer wieder probiert es kommt kein Ton oder nachher das ist wieder das nachher das hat jemand angerufen und es ist einfach noch nie möglich gewesen jetzt funktioniert alles hoffentlich hoffentlich ich habe zum Teil wieder gesagt komm wir brauchen den Kit für den Rennen darf ich auslernen der hat gesagt kein Problem und darum habe ich diese Kit da und darum habe ich diese Kit da und darum habe ich diese Kit da gerufen okay aber jetzt drinnen geschehen das ist was ist passiert meine kollegen sage Nord-Listream auf und ich schaue ich schaue dich später an, danke ich schaue das heim an, es tut mir leid mach jetzt gerade das Video ich grüsse dich natürlich das muss ich hier reinhaken so oh auf das habe ich mega Bock ah man kann nicht mehr auswählen wir nehmen ein Stück Kit ich habe das für 50 Franken gekauft auf deinem Kopf hörst weil ich muss man Fernseher anstellen PS4 und nicht Controller das funktioniert jetzt schaue ich meine Kollegen ob die ohne sind und online sind nein ich bin die nicht so egal das ist unsere Strecke um hier zu fahren da kann ich auch einfach wegklappen da kann ich auch einfach wegklappen ich nehme auf ich nehme auf vor allem wenn ich keinen Bock habe zu schnauern habe ich einfach Kopfhörer ein bisschen weiter oder ganz nach oder weiter 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 oder auch ganz weit ich weiss nicht ob ihr jetzt gerade mich gehört habt ich weiss nicht ob ihr jetzt gerade mich gehört habt es kostet 50 Franken oder keine kann man da überall verstellen Kopfgröße Mundgröße 2 2 1 Go Lohr Lohr Geht mein Windschatten Windschatten zum Beispiel das wird jetzt schon im ersten Sprung verkacken ja genau wie ich aber jetzt ist da ein wenig weniger da vorne dann ist es auch ein wenig besser am Anfang ist es immer schlimmer noch gibt es eigentlich noch ich traue mich nicht ich traue mich nicht danke ich habe uns durchgelassen finde ich ganz nett finde ich ganz nett ich rüsst das gar nicht ich hätte gerne gerüsst aber ja die meisten machen einfach falsch hämmen obwohl das gar nicht nötig ist wenn es nicht drängt dann dann nehme ich falsch hämmen dann nehme ich falsch hämmen wenn das jetzt nicht gelangt hätte hätte ich falsch hämmen so wie nicht jetzt müssen wir da jetzt habe ich gesehen dass das Loll das gesehen jetzt geht es wieder jetzt geht es wieder wieder natürlich vom haben wir gesagt David man braucht schnell den Kit wir müssen rennen fahren und gewinnen hätte er gesagt das ist kein Problem ja dass ich jetzt so Punkte bekommen habe so weit weg also ich war schon oft ein paar Formen aber so weit ich war schon schon weit entfernt so ich bin 2 ich bin 2 sogar fuck mein Problem ich hätte vielleicht nur äh erst werden aber ja fuck das ist auch immer ähm ich hasse die ähm grosse Kurve vielleicht bin ich am 4 gib mir Windschatten hörst du Windschatten dass die kleine Kurve geht kann ich sogar curve boosting nehmen nehmen we ich nehme nicht mit Handy auf das kommt automatisch auf mein Handy also ja automatisch da Turboboost uuuuuhh dann kommt ein Score da überspringen da überspringen ja da hat es Brennspur an die Kasssicht da hat es Brennspur den ganzen Tag aufgenommen und jetzt ist der Finale jetzt ist es richtig aufgenommen zu Glück ich war so verzweifelt ich habe einfach diesen Mikrofon abgestellt ich habe nicht gesehen da kann man auch verstellen was hier interessiert über die Kopfhörer kann ich einmal Torea draus machen was hier interessiert wie dies das ist das ist das ist Leidenschaft 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 Game lol was mache ich hier heute muss ich depressieren mit Aufnahmen weil das ist ich gehe heute noch nach Wederswil zu mir also nach Hause ja ja oh das ist krasser Stand wo und noch geschafft wir sind mal Chile hat mich das richtig gesehen ja glaub ja hatte mich im ja las joh auch hin dr Aber ist das nicht der Kitz? Mit dieser roten Strahle. Also ich finde total, das ist der Kitz. Mit diesem Computer hier... LOL! Also ich finde, das ist der Kitz, das ist der Kitz. Meinen Sie ja von David, das habe ich auf alles gelehrt. Nein, LOL! Sechster! Der Erste ist schon im Ziel. Fuck! So. Da vorne ist er. Der ist 70. Uh, da vorne ist der 5. Da hole ich ihn mir noch. Mal... No... ... Das war's. Da hole ich mir. Ich kann die Bussinger holen. Oh ja, ich komme eng. Ja, vielleicht kann der Sprung, vielleicht muss die Bremse hier. Ich hoffe, sie kann meine Technik. Fuck. Schön von oben runter. In den Punkt geflogen. Im Ziel geflogen. Zehn Minuten bin ich schon auf. Es tut mir leid, ich muss immer wieder zum Kollegen überschauen. Er unterstützt auch meinen Kanal. Ich laufe einfach nebenbei. Er ist ein guter Freund von mir, Kollege. Ja, ich habe mich nicht mehr. Ich muss die Bremse drauf. Ich bin gar nicht sicher. Ich brauche es nicht. Ich bin gar nicht sicher, weil ich sie mit. ja der 9 und 13 Sekunden oder all right machen diese roll right bisschen schwierige map 5 vor halb durch aufhören weil ich könnte noch 5 minuten aufnehmen aber ich nehme das erste mal auf muss auch weg im Kopfhörer schauen ob es stimmt meine Kollegen sind immer noch nicht online also wirklich nicht viele platz also viele platz meine ich komm doch spielt mit meinen kids an stopp mh na gut dritte oder vierte ist noch okay ohne also mit kontakt aber nach der vierte würde also fünfte weg würde ich immer keinen kontakt da nehme ich immer gelb aufhören weil ich bin älper mcf fan ich kenne paar coole tricks von ihm ist denn auch nicht sogar als erstes beendet ich habe immer ein paar tricks von melden mcf der sieht wie ein verbrecher aus coole leute sind aber stark das sind mir nicht einblendet ok davon jetzt war schwierigkeiten oder nein durchgehend ausdrücken durchgehend ausdrücken nach vorne kommt diese Ruhrweide ich bin natürlich nicht immer erst aber vielfach also ja heute nicht gerade so das ist mein Pech aber wir sind gut am Start und und Untertitelung des ZDF, 2020 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 Aber ich habe viel von Kev gelernt, schau da auf seinen Gang auf bei wirklich, der macht wirklich Sachen was keiner kann, der hat noch niemals aufgegeben, mal einmal, aber nur einmal, sein Leben hat auf, auf, weil das extrem schwierig war, das kann keiner machen, das hat noch niemand geschafft, was, ich nehme auf, nein, das tut mir auch meine Mutter an, so, nach der Rennung bin ich auf die Hände, weil ich muss jetzt nach Hause wieder, bitte schnell das Video hochladen, so, 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 fuck, fuck, von ist der erste, ich habe nicht als erste Band oder Band als zweiter, das verspreche ich euch, keiner wird mich überholen, few ähnli, ja, so, weiter lumber tooe s为什么 du schaste Schrauben wir schnell zu. Das schafft es noch, ja. 12 Japaner. Sag immer, oh, what the fuck. Nicht viel Geld habe. Gratulieren. Schon wieder. Ich habe die schnellste Runde. 3 Minuten und 47 Sekunden. So. Ich werde das beenden. Machts gut und ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.